Das Rüblikomplott, eine Osterhasengeschichte. Willkommen in Möhringen, einem idyllischen Dorf, in dem die Rüben so saftig sind, dass sie zum Schmausen einladen und man das Schmatzen aller Genießer bis ins nächste Dorf hören kann. Aber jedes Jahr vor Ostern geschieht das Unglaubliche. Das Rüblikomplott. Ein kluger Hase namens Cäsar hat eine brillante Idee, um das Rätsel zu lösen. Die Dorfbewohner beschließen, den Rüben mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie singen Rübenlieder, erzählen Geschichten und geben den Möhren sogar Massagen. Und siehe da, das Rüblikomplott wurde aufgedeckt. Seitdem ist Möhringen bekannt für seine glücklichen Rüben und fröhlichen Osterfeierlichkeiten. Und die Moral der Geschichte? Auch die unscheinbarsten Helden verdienen manchmal etwas Liebe und Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017